moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die herausforderung abschießen könnt bei der ihr fünf strom bolzen abschießen müsste insgesamt 20 stück und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle im ausbruchs modus diese blauen zombies die so blitze auf euch schießen und genau diese blitze müsst ihr abschießen wie ihr seht wenn ich ein zerstöre steht da sturm bolzen zerstört und ihr kriegt zehn punkte für und davor müsst ihr insgesamt 20 stück abschießen leute das war es dann auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video dann nächsten stream leute was gut